Achtung Aubameyang hat da und Aubameyang Da hat Peiler die Abseitsregel Aufgehoben 1-0 Jonas Hoffmann Das ist ein Fehler Das ist auch Scheiß Ah nein, er lässt durchlaufen Alles korrekt Alles korrekt Er lässt durchlaufen Und dann war es doch Paller Aber Ah, schwierig Mkhitaryan kommt von hinten Da hat man sich zu sehr Auf den anderen konzentriert Das geht so in Ordnung Dieses 1-0 in der 16. Minute Kommt natürlich dann doch zu früh Sie Burschen Da ist ein echter Zugast Eine Ecke in die andere fliegen muss Bis jetzt Achtung Mkhitaryan Und Aubameyang Fehlen da jetzt ein paar Zentimeter Glück gewesen für Polsberg Ja, da hat Zollbauer nicht ganz so glücklich ausgesehen Hat die Position von hinter Seinem Gegenspieler aufgegeben Um vorne abzufangen Und da ist es in die Hose gegangen Und wie sieht es aus in Sachen Luftkampf Gegen die Dortmunder Seidl Vor Knapp vor den Torhüter Ja Das war kein Fall Hilft auch das Jammern-Nex-Seidl Oh, da ist viel Platz Hoffmann Der Gästl-Pass hier hinüber zu Hoffmann Der hat da drüben viel zu viel Platz Also in Strafraumnähe darf der Torhüter So alleine nicht mehr zum Ball kommen Und schauen Sie mal Auch was die Gärtner-Fans betrifft Hut ab, Achtung Reus, Reus gegen Koffler Und der Winkel dann schon zu spitz So wird es jetzt Silvio Oh, vielleicht geht es einmal ablegen Da muss der Schuss kommen Thomas Zündl 61. Minute Kommt sowas nochmal? Oh, zumindest das Tortreffen wäre wichtig gewesen Schön gemacht mit der Körpertäuschung Und Zündl Der fährt der Ball da noch ein bisschen über den Fuß Glaube ich Ja Zumindest trifft er in Zeitl Sieht konzentriert aus So, aber ist nicht direkt probiert Für Bürki Achtung, Aubameyang Die sind schon wieder da Mkhitaryan Pfeife bleibt still So Einmal Vorbeigespielt Da ist die Handtour Da haben andere schon gepfiffen Achtung, jetzt kann sich Baller befreien Kommt der Pass zur Mitte Kommt der Pass zur Mitte Er kommt Und jetzt Ja Schau dir Joachim Stammfest Guter Laufweg von Baller Setzt sich gut durch War kein Fall Könnte schon kommen Dann wartet er zu lange Und dann ist Seidel Auf dem Weg in die andere Richtung Und da war natürlich schon Ja So hier nochmal Der Eckball Toller Kopfball Gleich von Trudina Kaum im Spiel Nicht einfach Aber Er ist auch hier weiterspielen Achtung Abseits Abseits Reus So, Flutter Auf geht's Ball ab, Ball nach vorn Und Kema Genau Ah je Ja So hier nochmal Da war Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt 2-0 2-0 Mitten rein In eine Phase In der Wolfsberg Aber eine Ganz heikle Situation Da ist Ja Da ist er Um den Schritt Zu weit vorne